Ein paar von euch hatten ihn schon gefordert. Heute gibt es ihn, den ersten Ballin' Rookie Watch. Wir wollen ein paar Jungs vorstellen, die ihn in den ersten Wochen mal so richtig geliefert haben. Ballin' Alles rund um die NBA Let's go Und unser erster Mann ist Peyton Pritchard von den Boston Celtics Nummer 26 im Draft und ich hätte den niemals hier erwartet bei unserem Rookie Watch. Nee, ich auch nicht. Also wir haben ja auch nie über ihn gesprochen bisher. Aber seine Leistungen sind wirklich extrem stark. Er verkörpert die DNA der Celtics perfekt. Brad Stevens sagt immer, das ist ein Spieler, wie man ihn sich wünscht. Solide Grundausbildung genossen. Vier Jahre University of Oregon. Das merkt man. Er ist NBA ready. Er hustlet. Er verkörpert genau das, was Brad Stevens eben sehen will. Nämlich kämpfen von der ersten bis zur letzten Sekunde bis zur letzten Sekunde. Er spielt auch in der Crunch Time, weil er eben sehr, sehr wenige Fehler macht. Also klar, sind wir ehrlich. Kemba Walker unter anderem verletzt. Das hat ihn natürlich auch so ein bisschen reingespült. Er spielt aber trotzdem Game-Winner gegen die Heat. 23, 8 Assists dazu gegen die Toronto Raptors. Also der Typ liefert einfach. Und diese ganze Spielweise, die gefällt mir auch. Also dieses pestige, eklige, auch in der Defense. Energie. Genau, Energie, obwohl er ja auch theoretisch zu klein ist. Das ist auch mal so eine Geschichte. Aber das wird noch ein Problem werden. Also gerade hinten raus, er ist körperlich natürlich schon im Nachteil, sehr, sehr häufig gegen körperlich kräftigere, größere Point Guards auf seiner Position. Das kann schon ein Problem werden, aber Stand jetzt, überraschend für uns, aber er gehört unserer Meinung definitiv da rein. Und jetzt stell dir mal vor, der Tidi Garden wäre voll. Ich glaube, es gäbe einen neuen Fan-Liebling. Absolut. Eine Sache noch, lieber Peyton. Steh nicht immer im Aus, wenn du an der Seitenlinie stehst. Also wie oft er da aussteht, wenn er die Bälle... Gerade in den ersten Spielen, ja. Unglaublich. Also da hat er noch so ein bisschen Orientierungsschwierigkeiten, aber wie gesagt, nach ein paar Saisonwochen eh schon überragend. Von einem ganz Kleinen zu einem ganz Großen, zumindest körpertechnisch. James Wiseman von den Warriors, die Nummer 2 im Draft und direkt Starter bei Golden State. So wäre nicht schlecht. Und er macht es besser, als wir, glaube ich, alle gedacht haben. Hat auf dem College insgesamt nur drei Spiele absolviert, Memphis. Und ja, sein Wurf, was ist mit seinem Wurf los? Wir haben alle gesagt, ja, schwierig, mit dem Wurf wird es vielleicht nicht ganz so leicht werden in der NBA. Aber er trifft den Dreier zu 40 Prozent bisher, was eine gigantische Quote ist für einen Big Man. Gut, die Stichprobe ist jetzt auch noch nicht so groß, aber er nimmt auch lange Würfe aus der Mitteldistanz. Er hat einen ordentlichen Wurf und das für einen großen Mann, der wahnsinnig athletisch ist, der trotzdem vor allem noch defensiv sich verbessern muss. Unterm Korb, Rim Protection, ja. Aber im Pick and Roll schwierig. Aber halt auch ein Big Man Problem. Die jungen Big Mans, teilweise brauchen die ja Jahre, bis die irgendwann wissen, wohin mit den Füßen. Und nochmal kurz zum Wurf. Der ist 2,13. Der wirft gefühlt 18 Meter über dem Boden ab. Also wenn er das so hinbekommt, er ist halt damit auch nicht zu verteidigen. Und noch dazu, was ich echt spannend fand, ist, dass er auch den Ball auf den Boden setzen kann. Also es gab schon einige Transition-Situationen, wo der Typ das Ding von alleine nach vorne treibt. Also da ist viel dran, viel drin. Da ist unheimlich viel Potenzial und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Draymond Green ist zurück bei den Warriors. Also generell läuft es bei Golden State mittlerweile deutlich besser. Es hat auch mit Draymond Green zu tun und er ist auch so eine Art Mentor für Wiseman. Also wir wissen alle, Draymond Green ist ein sehr, sehr guter Verteidiger, ein unheimlich cleverer Spieler. Und davon wird auch Wiseman defensiv profitieren. Also da, wo er jetzt noch Probleme hat, das wird sich verbessern. Er hat einen guten Touch unterm Korb, also es passt auch offensiv. Den Wurf, den haben wir schon angesprochen. Glaubt ein ganz guter Pick von Golden State. Aktuell der drittbeste Scorer im Team, hinter Curry und Andrew Wiggins. Also das ist jetzt auch mal so nicht ganz so verkehrt. Spricht nicht für Kelly Upro. Nein, nicht ganz, Kelly. Weiter geht's mit der Nummer 1, zumindest was den Draft Pick angeht. Anthony Edwards von den Minnesota Timberwolves. Bei uns ist er jetzt nicht ganz die Nummer 1. Auch weiterhin nicht, obwohl man sagen muss, er ist gut reingekommen. Also schlecht ist es nicht, was er macht, aber... Ich mag ihn nicht. Also ich bin absolut kein Fan von ihm, weil er einfach keine Spielintelligenz besitzt. Super viele schlechte Würfe nimmt er. Wenn wir mal drauf schauen, er nimmt 6 Dreier pro Partie, trifft sie aber zu nicht mal 28%. Er hat einen Körper, der unheimlich gut ist, also wahnsinnig viel Physis, Athletik, mit dem er eigentlich locker zum Korb gehen könnte, mehr Drives machen könnte. Aber er nimmt so, so häufig schwierige Würfe, deshalb sind die Quoten bisher auch Mist. Also die Dreier eben schon angesprochen, aber auch aus dem Feld unter 40%. Das ist nicht gut. Ich bin kein Fan von ihm. Ich hoffe, dass er nicht irgendwie so ein zweiter Wiggins wird. Nicht so von der Spielart her. Das Team passt ja schon mal. Genau, aber was die Spielintelligenz angeht, mal schauen. Aber alle Anlagen sind auf jeden Fall da. Und positiv, also er ist trotzdem Point Leader unter den Rookies mit fast 14 Punkten. Und was ich interessant finde, also der Wurf passt nicht, aber er hat grünes Licht. Er wirft über 6 Mal von Downtown, ähnlich wie bei Wiseman übrigens, der ja auch von Anfang an bei Kerr werfen durfte, das machen soll. Und trotzdem, also gerade die Athletik kommt bei ihm noch ein bisschen zu kurz. Also einfach mehr dann in die Zone. Er hat grünes Licht, aber ich finde, da muss er eine bessere Balance finden in seinem Spiel. Zwischen werfen und dann auch wieder seinen Körper nutzen, seine Physis nutzen und eben den Drive an den Tag zu legen. Da muss man abwarten. Aber nochmal, die Anlagen sind definitiv da. Und wenn er das irgendwie in den Griff bekommt, was den Kopf angeht, dann kann er Minnesota viel Freude bereiten. Der nächste ist einer, den wir auch alle vielleicht nicht ganz so auf dem Zettel hatten, der aber aktuell unfassbar spielt. Tyrese Halliburton von den Sacramento Kings. Der Kerl ist absolut Mommy. Ja, das ist Wahnsinn. Also das könnte der Stil des Drafts sein. Er war der zwölfte Pick. Nur, nur, muss man mittlerweile sagen. Ja, und er liefert einfach nacht ein, nacht aus. Besonders im letzten Viertel, wenn wir da mal auf die Stats schauen, im letzten Viertel. 47 Punkte, 11 von 15,3. Eine unfassbare Quote von außen. Also 10 Assists und kein einziger Turnover. Das ist absolut absurd, gerade für einen Rookie. Das ist der Spieler, der vielleicht schon am fertigsten ist von allen Spielern. Er ist NBA-ready. Er hat wirklich gezeigt, dass er in diese Liga gehört und früh wichtige Würfe am Ende einer Partie auch nehmen kann. Degger gegen die Bulls getroffen. Wie du sagst, das All-Around-Paket. Also wenn du dann eben diese Crunch-Time-Minuten von ihm siehst. Der verteilt die Assists. Der nimmt den Dreier. Der geht zum Drive hin. Das ist wirklich unglaublich, wie komplett Tyrese Halliburton schon spielt. Und er hat übrigens nicht nur in der Crunch-Time eine richtig gute Turnover-Ratio, sondern er hat die beste der Liga von allen Spielern über 25 Assists. Also er macht 5,5 ist die Quote im Verhältnis. Keiner ist besser. Nicht einer. Also niemand. Kein Curry. Keine Ahnung Lillard. Sondern es ist Tyrese Halliburton. Und das Witzige finde ich eigentlich, jetzt haben sie vor der Saison Bogdanovic abgegeben und haben endlich sich gedacht, nur noch zwei Guards für zwei Positionen. Ich glaube, langsam haben sie da wieder ein Problem. Ja, also es ist wirklich mit Buddy Heald dann natürlich die Aaron Fox. Also sie sind Guard-mäßig natürlich, was das Talent angeht, Weltklasse besetzt. Ich möchte noch eine Sache zu Halliburton sagen. Das ist die Verteidigung. Das ist ein richtiger Lockdown-Defender. Im 1 gegen 1 macht er Druck mit seiner großen Spannweite. Ist er da richtig gut und schnell auch lateral unterwegs. Das macht Spaß. Der macht den Kings Spaß und auch uns. Zu guter Letzt der Mann. Der Junge muss man eigentlich sagen. Der sich in der letzten Woche in die Geschichtsbücher eingetragen hat. Lamello Ball ist der jüngste Spieler jemals. Er war 177 Tage jünger als Markel Fulz damals für Philly, der ein Triple-Double auflegt. Und man muss echt sagen, er hat ein bisschen gestruggelt zu Beginn. Aber jetzt rollt er und Charlotte rollt mit. Vier Siege in Folge für die Hornets. Wer hätte das gedacht? Da waren Auswärtssiege bei den Mavs zum Beispiel dabei. Also auch schwierige Gegner bezwungen. Und die Mannschaft funktioniert. Und die Mannschaft ist stark verbessert über die letzten vier, fünf Spiele. Und womit hat das zu tun? Du hast es gesagt, schwacher Start von Lamello Ball. Mit eben Ball, der auf einmal da ist. Der natürlich, und das muss man auch sagen, das gehört zur Wahrheit dazu, defensiv noch große Schwächen hat. Zwar häufig den Ball stealt, weil er ein unheimliches Verständnis für die Sportart Basketball mitbringt. Das heißt, er antizipiert immer gut. Viele Steals, aber trotzdem mit einem 1 gegen 1 und was Rotation angeht, große Probleme. Aber vorne, das ist so spektakulär. Das ist eine Highlight-Show. Der kann im Endeffekt keinen Pass nicht als No-Look-Pass spielen. Das macht Spaß, ihm zuzuschauen. Eine herausragende Chemie mit Bridges, jetzt schon. Das ist richtig, richtig ordentlich. Allround-Game, was er mitbringt. Guter Rebounder. Er labert viel, aber er liefert auch. Ja, ich bin kein Ball-Fan. Also die ganze Familie ist irgendwie nicht so mein Ding. Und trotzdem, er hat diesen Swag. Ich sage es echt ungern, er hat diesen Swag. Und weil du sagst, jeder Pass ist irgendwie fast schon zu kompliziert und sieht gut aus. PJ Washington hat auch gesagt, ich muss under-ready sein. Weil du weißt nie, kommt er plötzlich über den Kopf, zwischen die Beine. Also es ist eine Highlight-Maschine, die er liefert. Und er erinnert mich tatsächlich in einem Aspekt so ein bisschen an Luka Doncic. Jetzt Achtung, ich will gar nichts Böses, beiden nicht. Aber er ist echt groß und er reboundet unfassbar gut. Das muss man wirklich sagen. Das ist dann aber auch das Einzige. Deswegen. Ich muss jetzt vor allem gegenüber dir vorsichtig sein. Aber er hat hinter Bismarck Bionbo die zweitmeisten Rebounds in seiner Mannschaft. Ja. 6,3 pro Spiel. Das ist jetzt noch nicht Luka Magic Niveau. Also keine Sorge, du bist weiterhin hier auf deinem Podest, kannst du alleine stehen. Und trotzdem. Also dieses All-Around-Game, was er mitbringt, er liefert. Und ich weiß gar nicht, wer hat ihn denn eigentlich bei den Predictions auf 1? Keine Ahnung. Da bin ich komplett überfragt. Weiß ich auch nicht. Naja. Die Rookie-Class ist wirklich nicht gut dieses Jahr, muss man sagen. Und trotzdem haben wir uns entschieden. Klar, wir haben uns für jemanden entschieden. Für Lamello Ball. Also die Ball-Familie natürlich immer interessant. Ball mit seinem gesamten Spiel. Also Lamello jetzt. Ganz, ganz viel Spektakel. Der spielt verrückte Pässe. Konntet ihr jetzt schon in der Preseason sehen. Das wird viele Highlights geben. Er wird vor allem auch viel Spielzeit kriegen in Charlotte. Er wird vermutlich auch ganz gute Zahlen auflegen. Er muss seinen Wurf definitiv verbessern. Der sieht noch beschissener aus, der Wurf, als bei seinem Bruder bei Lonzo Ball. Kaum möglich, aber in dem Fall. Aber es ist wirklich so. Und wir haben uns trotzdem für Lamello Ball entschieden. Dritter Pick dieses Jahr gewesen. Zu guter Letzt. Es ist Dienstag. Das heißt, es ist Zeit für den Ball-In-Player of the Week. Und das ist diese Woche Zach Levine von den Chicago Bulls. Unfassbare Quoten. 33,3 Punkte im Schnitt. 6,3 Assists. 5,8 Rebounds. Und das bei einer Dreierquote von 45,5%. 11 Versuche genommen. Also das ist gruselig gut. Absurd. Also generell ist das ein Spieler, dem es unheimlich viel Spaß macht zuzuschauen. Weil er so smooth ist. Weil er eine Athletik hat. Weil er von weit draußen noch sauber werfen kann. Das ist ein Spieler, ein richtiger Scorer, der nach schwerer Verletzung echt zurückgekommen ist. Ich glaube, das ist nicht so häufig, dass du nach schweren Verletzungen dann wieder so ablieferst. Und er ist voll da. Er spielt gerade seinen besten Basketball. Die Bulls spielen guten Basketball. Haben bei den beiden L.A. Teams nur knapp verloren. Jeweils mit zwei Punkten. Das ist spannend. Das ist wirklich ein interessanter Spieler für die Bulls dieses Jahr. Und man merkt eben, die Mannschaft hat wieder so eine andere Form von Biss jetzt unter Billy Donovan. Das ist ganz anders als bei Jim Boylan. Dementsprechend hat er auch, habe ich das Gefühl, einen anderen Biss. Wir sehen, er muss mehr kreieren. Also diese 6,3 Assists sind jetzt kein Zufall. Er soll mit Kobe White da schon so ein bisschen die Spielmacherrolle übernehmen. Und ansonsten, eigentlich ist es All-Star-Niveau, was er spielt. Aber mit negativer Bilanz. Bei ihm war immer das Problem, was die Entscheidungsfindung angeht. Das heißt, wenn er im Pick-and-Roll gelaufen ist, lieber mal einen wilden Wurf im Rückwärtsfallen aus der Mitteldistanz genommen. Anstatt seine Athletik genutzt und den Drive eben an den Tag gelegt. Und genau diese Entscheidungsfindung ist dieses Jahr besser. Und das unterscheidet ihn zu den vergangenen Seasons. Sie ist besser. Und trotzdem, einen Wunsch habe ich echt, wirklich mehr Drives noch. Er hat so eine unglaubliche Athletik. Und es ist immer noch so, dass er dann viele, viele Jumper nimmt, die schwierig sind. Und wo man das Gefühl hat, ey, du hättest es eigentlich leichter. Du bist so viel schneller als deine Gegenspieler. Du hast oft Mismatches. Aber es kommt gerade so ein bisschen. Genau. Und von daher, mach weiter so. Dann tauchst du auch noch öfter auf. Euch jetzt auch noch eine schöne Woche.